Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Land seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjektes bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt auf zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen oder Lohnterroristen im Land seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie extremen Zusammensätzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jeder dieser Gruppen eine bessere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte für die Durchsetzung seiner eigenen, individuellen Ziele. Jede, sich auf diesem Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto? Synergie über alles, gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt durchmischte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein, so zum Beispiel für Selbstmordattentate oder ähnliche. Drittens. Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjekts. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall sonst her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge. Er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens. Der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielte zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfe von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilung steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächungen des Zielobjektes von innen her, gezielte Schuldzuweisungen an Zielobjekt, möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker, möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfseinsatz von außen her, Umsturz und Beseitigung der Zielregierung, Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen, Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller zuvor verwendeten Helden, nun aber nur noch Terroristen genannt. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen? Reparationszahlungen nach Belieben. 6. Sich als Retter feiern lassen 7. Dieselbe Übung im Großen. Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine auserwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seine größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen.